Ich bin runtergekommen So Ey oder Jungs Wir stellen uns nächstes Mal in einen anderen Raum Und zwar alle als dasselbe Prop, okay? Alter lass es Freibitches 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 Die Runde hättest du nicht hüpfen dürfen Die Runde hättest du echt nicht hüpfen dürfen Das wärs jetzt gewesen, weißt? Ich bin die ganze Zeit da gestanden Und nur weil ich einmal gehüpft bin Hat der eine Granate auf mich gefeuert Ja klar Hehehe Oy nice Ich habe da nur mit dem Schrank voll ä unsthetisch und normal Muss ich sonst sagen Ja Vor allem wenn dann so viele im Weg rumstehen Ist das noch irgendwie ziemlich uneuerfällig Hat was Six times stylish Kann einer von euch sagen welche Bezeichne noch happen? 5 minuten und 12 sekunden Und los Lauf Irgendwie Alter Ich hab das Geilte versteck Ich hab noch gar kein versteck Ich auch nicht Das ist gut so Niko, du sollst dich auch nicht verstecken. Aber ich hab Angst! Ich hab Angst! Ich hab Angst, einen Prop zu treffen. Das was ich machen wollte, hat einfach ein bisschen schleimig. Und flubberig. Oh, oh, da hat sich einer zu erkennen gegeben. Ja, ich hab auch irgendwas gehört. Hey! Wer war das denn? Da war ja noch wer! Hier ist noch wer. Hier ist einer. Ich bin bloß gerne, wo du bist, um ehrlich zu sein. Hier ist einer. Oh! Was war das denn? Gönnt ihr! Hier ist der Raum, hier ist er. Kann ich taunen. Verdammts. Also ich hör meine eigenen Taunts nicht. Nee, du such nicht. Ich guck, dass niemand rausgeht. Hm. Problem ist bloß, ich kann hier schlecht suchen, um ehrlich zu sein. Wer hatte grad den Tauntent? What is wrong with you? Hm. What is wrong with you? Oh ne. Ehe natürlich. Hm. Also hier dran ist keiner. Ich glaube ja ganz schwer, dass im Toilettenraum irgendwo einer ist. Ich weiß bloß nicht, wer genau das dann wäre und wo. Verdammt. Hm. 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 Ne, davon ist es keiner. Ich weiß auch nicht. Oder? Ich bin ganz viel nachdenklich. Doch, das ist es! Ich wusste es auch! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Hör doch mal auf! Hör doch mal auf! Was hab ich euch denn getan? Du hast so viel schön kaputt gehauen! Oh nein! Fuck man, ich hab ich festgepackt! Alter, wie viel Gesundheit hattest du als Klopapierrolle? Vier! Ja! Eigentlich musst du das mehr abziehen, so ein Schlag mit ner... Ach, das ist ja süß! Ach, das ist ja niedlich! Ja, ich bin festgepackt! Komm, kimm mich endlich! Ja, komm! Hey Jungs, hey Jungs! Jungs, guck mal! Jungs, guck mal! Jungs, guck mal! Das ist eine Zimmerpflanze, Jungs, guck mal! Das ist eine Zimmerpflanze, Jungs, guck mal! Das ist eine Zimmerpflanze! Da, hier! Dreh dich um! Hier du! Was? Oh, ist die süß! Guck mal, die Zimmerpflanze! Bye, bye! Ah, so ein Scheiße! Kann man eigentlich auch als Ghost taunten? Ah, ich hab aber irgendwo den Taunt hier gehört und der kam nicht von Dario! Drehls taunten! LOL! Nee, ich bin wahrscheinlich gerade zu nah an ihm dran, das wäre unfair, wenn er jetzt müsste! Warte mal, bist du wirklich da? Boah! Geil! Wie hast du das denn geschafft? Das musst du gleich mal zeigen! Magie! Mit ner Menge Fantasie! Alter! Krasse Scheiße! Ja, aber du musst schon so dastehen, dass man dich auch wirklich treffen kann! Ja, ja! Ohne dass du irgendwie so, keine Ahnung was vollbringen musst! WTF ist gerade passiert? Ich hab mich einfach mal so gedreht! Okay, ich taunt jetzt einfach los! Disrespect! Oh, lol! Wahrscheinlich im Klopapierraum oder hier! Oh, wow! Nicht schlecht! Wir müssen da hochgekommen! Wo ist denn? Wusstest du welche das ist? Hammer! Das hat einfach nicht reingepasst! Wir müssen da hochgekommen! Nicht schlecht! Okay, okay! Was nehmen wir? Ich bin dieses mal ne Maus oder ein Telefon oder eine Fernbedienung! Ich bin ne Fernbedienung! Das war ich die letzte Zeit immer! Und ich sag jetzt einfach fuck you mit meinem Versteck! Ja, okay! Bei mir steht, wir haben nur ne Minute Zeit! Ich hab noch keinen Prop gefunden! Ich hab noch keinen Platz gefunden! Ich hab noch keinen Platz gefunden, aber ich weiß schon genau, wo ich äh, was ich bin! Irgendwie geht's nicht, mein Bildschirm ist schwarz! Ja, echt! Nein, echt jetzt! Sag mal, ist hier einer von euch auch? Ach! Shoot! Shit! Sagt mal, ist einer von euch hier auch, wo ich gerade bin? Ich hab die Kackmusik! Ja, die sind noch zu weit weg, wenn du hier da angespielt hast! Bad Boys, Bad Boys, What You Gonna Do? ÄHH, Alter! Ah! Na, na, fass! They come for you, Bad Boys! Ich hab gerade noch gesungen! Boah, leck mich, Alter! Diese scheiß Granaten! Dieses Mal sind die nicht schlecht, die Jungs. Ich war, ich war am Suchen von nem fucking Ding. Dann krieg ich was und dann sofort Dario da. Meine Fresse, hey. Hier irgendwo hab ich's gehört. Es bewegt sich. Musik hättest du aufzuspielen? Gottverdammt nochmal. Na Nico, was hältst du von meinem Versteck? Ich weiß, das ist nachgemacht. Ich will ja sowieso mal... Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, gau's dir halt mal durch. Boah, Alter. Felix ist so mega asozial. Wie Traumarsch. Alles verdammte Musik. Ja, gau's dir doch mal zu mir durch, dann siehst du mich. Ich kann nicht zu dir durchgoß. Weißt du, wenn du an die Leertaste drück, komm ich durch zu Felix. Drück Maustasten. Dann wechselst du den Charakter. Weiß nicht, ob der Müller mal echt ist oder... Du bist... Hä? Ah, okay. Aber das ist offensichtlich. Nee, nicht wirklich. Einer ist schon mal mir vorbeigelaufen. So, ja. Aber für mich zum Beispiel jetzt nicht mehr, weil ich das schon wusste. Jungs, taunt es mal. Wir müssen uns wirklich mal alle... Ich kann grad nicht taunten. Wir müssen uns wirklich mal alle... Also das gleich nehmen, ne? Ich verfolge mal Dario. Genau, alle genau das nehmen und uns dann eine eigene erstellen. Weißt? Dario, ich bin hinter dir. Aber ich bin ein Geist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin grad gegen Müller mal gelaufen. Der ist einfach weggebackt. Ach, der hat mich bemerkt! Weeeee! Wenn der dich jetzt nicht bemerkt hat, weiß ich auch nicht... Oh fuck, man! Kann man sich eigentlich mit der Patrone verwandeln? Fuck! Wo ist er denn? Nein, wo ist er denn? Nee, kannst du nicht. Das ist ein Scherz! Du hast dich echt verloren! Das ist ein Scherz! Ja, weil... Ich muss nachladen. Jetzt bin ich kein Kabinett mehr. Gibt's denn nur noch Blacky? Nein, ich bin auch noch da. Oh, Blacky, nice. Oh, Hardcore, was? Ja, jetzt bist du weg, wa? Er hat mich gesehen. Nein, motherfucker! Er kriegt mich trotzdem nicht, weil ich schneller bin. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich hab keine Ahnung, wo ihr seid. Blacky, wenn ich dich noch sehen würde, würde ich dir natürlich sagen, geh nicht da oder da lang. Aber... Kenn die Map einfach nicht. Okay. Ja, du bist nur gut als... 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 Als Gegenstand. Und weiter geht's. Oh, ich hab den... Ich hab den... Ich hab den genialen Plan. Ich hab den genialen Plan. Oh, wie schön, der mich verpasst hat. Oh, das ist mal unverste... Oh, scheiße, da kann man nicht hin. Oh, ist ja langweilig. Taunten, bitte. Ah ja, rechts hast du. Ich hab die Dauermusik schon seit mindestens zwei Minuten. Wir müssen mal wieder neu taunten. Oh, oh, das hat wir getan. Oh, shit! Ich hab dich selbst in die Luft gejagt. Was? Jawoll. Du hast zu viele andere Props getroffen. Oh, scheiße. Also Felix. Ja? Oh, nice. Das ist geil, wenn du so ne Jukebox bist und eine richtig geile Mucke machst, ne? Taunten die ganze Zeit? So crapige. Ja ne, taunt immer was anderes, wie schon gesagt. Ich glaub immer, der ist an nem anderen Platz. Also der ist nicht im Office. Der ist nicht im Office. Der ist nicht im Office. Das ist die typische Fernbedienung, ne? Das ist die typische Fernbedienung. Aber er ist auch nicht draußen. Aber er ist auch nicht zwischendrin, ne? Man könnte sagen, wenn man ihn wirklich suchen würde, würde man sich echt ärgern. Ja, das stimmt natürlich auf jeden Fall, ne? Einer von den Schränken vielleicht? Ne, den Schrank suchst du dich, den siehst du vorher. Breiter als der Türsteher. Hast du schon getauntet wieder? Ja. Da vorne, gegenüber der Raum, da wo der Kasten steht. So, was machen die anderen Jungs? Ehh, sind wir hier zum Who luckily? Dario, geh mal rüber. In den anderen Raum. Schnell, schnell schnell. Der Kasten da. Wir kommen mir verdächtig vor. Er ist kein Kasten. Nein, ich bin nicht der Kasten. Laust. Ich hör keinen Torn. Wo warst du? W thrilling Nun! Wo warst du, Mann? Wee! Ich war unter nem Schrank, und zwar als Fernbediener. Hey Bitch, er kriegt's nicht mal mit, er läuft einfach weg von mir. Jetzt kommt der Masterplan, passt auf. Boah, aber Vierde, du bist echt unser Teamretter, ganz ehrlich. Ja, du stinkst richtig hart ausm Arsch. Auf jeden Fall. Nee, aber ich bin halt auch so einer, ich renne halt gleich mal ne Minute bevor Schluss noch los, damit sie wenigstens ein bisschen Chance haben, wenn ich nicht der Letzte bin. Alter, ich bin, ich bin drei Sekunden gelaufen zum Spawn, von denen er war auf einmal keiner mehr, und ich war immer noch kein Prop, weil ich keins gefunden hatte. Dann war ich ein dummer Eimer und wusste nicht, was ich damit tun soll. Wieso kommt man da ne... Einer buggt. Nein, 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 das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ich bugge jetzt in nem Spieler drin. Ihr buggt alle jetzt! Wir hängen auf einem Haufen! Schnell jetzt auf es! Wir sind in einer reingelaufen und buggen jetzt zusammen rum. Oh Gott! Nein! Ja, nicht massentauglich, sondern nicht massentauglich. Das ist doch nicht massentauglich. Ja, das ist echt nicht massentauglich, ne? Ja, das ist echt nicht massentauglich, ne? NET-Team, ey! Ah, Liebe! Warum nicht? Ja, komm her, komm her! Ich hatte den Masterplan für diese Woche, warum nicht? Oh geil! Was meinet ihr kommt raus, wenn man ne Tasse mit nem Telefon kreuzt? Ja! 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 .